Sorry, ich war noch gar nicht bereit. Alles gut. Auch in Chat, letzte Runde. Was habe ich jetzt drin? Leichtfüßig, dann hier dieses Déjà-vu, dann den Perk von Kate, schieß mich tot oder sowas, dass du Fenster und Paletten siehst. Und ich weiß gar nicht, was der vierte ist. Ach genau, dass ich die Auren von Verletzten sehe. Oh nein. Den Fallensteller. Jemand hat eine Opfergabe getroppt. Oh, der ist, oh. Den hab ich gespielt, wenn ich mal Killer gespielt hab. Okay, da bin ich prädestiniert für, in diese scheiß Fein zu tappen. Wer nicht. Hatten wir ja schon gesehen bei der Oh nein. Bei der Runde, wo Malibu Killer gespielt hat. Ich hasse diese Map. Ist das Silent Hill? Yep. Ich hasse diese Map so sehr, ey. Ich hab schon Terror-Radius, aber ich weiß halt nicht, ist er oben, ist er unten? Ich auch nicht. Ey, du hast hier halt permanent Terror-Radius. Ich noch nicht einmal. Weiß nicht, was bei euch nicht stimmt, aber ich kenn mich hier überhaupt nicht aus. Ja, ich mich auch nicht. Ein Jen gesehen. Wieso bin ich... Oh, Alter. Jetzt kommt da ein Bill um die Ecke. Hab ich mich verjagt. Ah, hier ist ein Jen. Das ist schon mal gut. Da setz' ich mich mal rein. Aber ich glaube, ich bin die Besessenheit. Ähm, da hinten ist der Killer. Ich sehe ihn. Nebe ich nicht. Hä? Er steht rum. Ich weiß nicht, was der macht. Ob der Arf ist? Hm. Also, er bewegt sich irgendwie. Aber er läuft nicht. Er schlägt. Keine Ahnung, was der macht. Ja, soll er machen. Gut, dann geh ich mal woanders hin. Dann geh ich mal runter. Ich versuch mal, den Weg runter zu finden. Vielleicht ein Neuling. So, unser Jing geht an. Oh, hallo. Hallo. Ein ganz neuer Nähe. Keine Ahnung. So, wie komm ich denn hier hoch? Ich geh nicht nach oben. Ich bin jetzt bei 60 Prozent. Der ist oben, ja. Na dann, dann geh ich hier in die Ecke. Ich glaub, hier sitzt schon wer dran. Jupp. Aber der steht halt nur rum. Ich weiß nicht, was der kommt. Wahrscheinlich warte ich da aufs Endgame mit Nöd und dem Scheiß. Dann spuck ich ihm ins Gesicht. Oh, ich hasse diese Map, ey. Ich auch. Also, die hasse ich sowohl als Survivor als auch als Killer. Oh. So, du seid hier hin. Ach, da. Ich hab ein paar. Das Ding ist, das Ding ist, drei Gents sind oben. Also, einen müssen wir oben machen. Ach, da oben. Wo steht er? Ja, ja, der steht hier. Genau. Hier oben. Ich weiß halt nicht, was der da macht. Wo geht's denn hier hoch, ey? Sonst nehmen wir den da in der Ecke. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt auch nicht, wie man hier hochkommt. Nope. Oh, hier ist eine Treppe. Ich bin jetzt gerade an einem Jen im Klassenzimmer. Ich bin ein Jen mit dem alten Sack. Okay. Ich laufe, ich laufe hier wie ein, wie ein, wie ein, äh. Ich laufe, ich laufe, ich laufe, laufe, laufe. Wie ein angeschossenes Reh hier rum. Yes. So ging's mir eben aber auch. Moment, ihr macht euren Jen gleich. Ach, hallo. Hallo. Toll. Da dachte ich, wir sind durch und kommt doch nochmal ein Aktivitätscheck, ey. Einmal. Na, bist du noch wach? Ja, so. Ungefähr. Ah, hier ist auch noch einer. Tröt, tröt. Okay. Ich bin jetzt mit dem alten Sack noch an dem letzten dran. Okay. Ja, dann lass uns doch schon mal zum Tor gehen, oder? Ja, die sitzen da zu zweit. Ja. Ist auf jeden Fall unten. Hier müsste man eigentlich runterdroppen können, genau. Wo bist du? Äh, äh, wieder zurückgegangen von... Ich hab dich gerade gesehen, Chissi. Ja. Ja, da bin ich auch eben runtergesprungen. So, und hier ist ein Tor. Ja, genau. Drei, zwei, eins. Okay. Ich mach auf. Sonst renne ich mal zum anderen Tor und mach das andere Tor auf. Das ist genau auf der gegenüberliegenden Seite. Jetzt muss ich erst mal runterfinden. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch die einzige Map, wo ich weiß, wo die Tore sind. Weil man sich die gut merken kann, weil die so klein ist. So, meins wäre offen. Okay, ich hab mich, glaube ich, verlaufen. Hier ist Bill und Andy ist auch hier. Ah, hier ist das andere Tor. Okay. Wir warten auf dich. Ich hab Heartbeat, aber der scheint ja immer noch oben zu stehen, oder? Hm, möglich. Also bei uns ist auf jeden Fall nischt. Ich glaub, der Kollege hat gar nicht gespielt. Nee, hat er auch nicht. Ich frag mich nur, warum. Vielleicht muss da auf den Schacht. Man weiß es nicht. Gut, ich geh'n raus. Okay. Merkwürdig. Nur den. Merkwürdig. Uh. Erfolg bekommen ist die. Geil. Wenigstens habt ihr so Erfolg. Böse Grins. Maui. Genau. Untertitelung.